Hallo Leute, ich bin's wieder mit einem wichtigen Ankündigungsvideo. Da morgen Freitag der 13. ist, werde ich morgen einen kleinen Kurzfilm hochladen. Extra zum Freitag den 13. Er wird so zwei Minuten dauern und er soll so um 7 Uhr morgen erscheinen. Ja, um 7 Uhr morgen. Und ja, er wird sehr, sehr lustig sein. Und ich hoffe, dass morgen viele das Video aufrufen, denn es wird sehr aufwendig. Okay, das wird einer meiner aufwendigeren Produktionen. Und ja, freut euch dann auf den Kurzfilm, den ich dann morgen um 7 Uhr hochladen werde.